Ich habe mir wahrhaftig eine Glasscheibe in der Dusche vorgestellt. Kannst du nicht so nehmen? Doch, komm, geh mal. Wir vier, Moritz, der Philipp und mein Marco Bär, sind auf dem Weg zu einer relativ großen Tour, die war viel größer gedacht, da sage ich später noch mal was dazu. Jedenfalls geht es jetzt mit einem Opel in unsere Entstehungsbude direkt nach Rüsselsheim zur Opel und das freut uns sehr. Also auch der Marco, da schließt sich sozusagen nach fast 30 Jahren der Kreis für mich persönlich wieder und dann geht es noch weiter zum Bodensee und auch da warten eine ganze Menge an guten Fahrzeugen. Also da wird bestimmt ein 2 oder 3 Teile raus, eigentlich wollten wir noch in die Schweiz, aber der Marco hat Angst vor 10 Tagen Quarantäne mit mir allein. Das heißt, wir werden sehen, was wir jetzt daraus machen, aber bleibt dran, das wird eine wirklich, wirklich, wirklich umfangreiche Nummer, nicht nur bei Opel morgen, sondern wenn alles gut klappt, das Wetter mitspielt, Carrera GT, wird der Marco fahren, BMW M4 aktuell, GT2 RS und so weiter und so fort. Marco freut sich, wie Bolle hat es denn seinen Integralhelm. Nee, ich habe meinen Führerschein jetzt schon abgegeben. Er hat seinen Integralhelm schon. Wir fahren Rennstrecke. Marco, wir fahren Rennstrecke. Entschuldigung. Nee, ich habe auch Angst vor Rennstrecke. Und ihr seht, das erste Mal wieder vor die Türen, mit vollem Kofferraum und Hotel und so weiter und so fort, wie sich das anfühlt. Und diesen Modelschuh. Das beschreibt euch dann Marco fair. Nach dreieinhalb Stunden Nachtflug Dresden, Rüsselsheim sind wir jetzt da. Und Marco schüttelt jetzt schnell die Betten auf und dann geht es direkt ab. Morgen früh um sieben werden wir abgeholt vom Herrn Junghans. Den lernt ihr dann kennen und dann sind wir mal wieder gespannt. Beziehungsbüro der MK Hotels. Leider rufen sie außerhalb unserer Bürozeiten an. Also das ist unser Check-in. Das ist die Dame hier am Schalter, die uns nicht findet. Also Marco sagen sie mal. Die Suite ist da. Philipps auch. Aber unsere Betten sind nicht da. Die sind da. Die Tür ist zu. Einen Empfang gibt es hier nicht. Ich habe jetzt zehn Minuten. Also wir schlafen jetzt alle zu viert bei Marco. So ist der Plan. Costa Guanta. Guten Morgen aus Rüsselsheim. Wir sind akkreditiert. Das ist der Peter Junghans. Sozusagen unser Mann des heutigen Tages. Und auch der Mann, der das alles sozusagen in die Wege geleitet hat. Ermöglicht hat. Ermöglicht hat. Und auch von mir herzlich willkommen bei Opel. Entschuldigung. Ja. Wie hat die ganze Geschichte angefangen? Peter hat uns frecherweise auf der XS Car Night Classic angesprochen. Schönen guten Tag. Ich bin der Peter. Ich bin von Opel. Wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Ja. Und dann war das Ding eigentlich schon geboren. Und jetzt sind wir hier. Kurze Zeit später. Weil wir ja eigentlich mit dem Thema Opel groß geworden sind. Oder zumindestens. Wir haben es ja schon öfters erzählt. Kann man nicht oft genug erzählen. Dass sich für uns hier der Kreis schließt. Das weiß auch der Peter. Und unsere Historie begann mit einem Opel. Das ganze Thema XS hat sozusagen mit diesem Logo erst mehr oder weniger stattgefunden. Und also sind wir jetzt nach 30 Jahren an dem Ursprung. An dem Fundament. Was auch immer. Wie man es nennen mag. Und sind Peter. Sind sehr gespannt was du uns heute hier kredenzt. Also wir haben ja schon ein bisschen was durch die Blume von dir erfahren. Und werden dann wahrscheinlich ja ein bisschen was zu sehen bekommen. Auf jeden Fall. Erstmal heiße ich euch natürlich herzlich willkommen. Hier in Rüsselsheim. Und wollen wir auch gleich mal reingehen in die Heiligen Hallen. Hier in unsere Klassikwerkstatt. Geht los. Dkm. Also we Philippines. Mi. Fog. Hacht ähn! Trommlär B Maia. bei Gotti Leisa. Das ist der Jens, Jens ist Opel Urgestein, seit 1983 hier dem Werk angehörig. Er ist der, kann man sagen, Chef dieser Opel Classic Garage. Er hat uns jetzt in zwei Hallen gezeigt, jetzt sind wir in der zweiten und ich denke, die holt uns jetzt schon ab. Ich denke, danach wird es einen kleinen Schwung geben, was wir hier so sehen. Aber das ist wirklich nochmal zurück in die, oder in unsere, kann man fast schon sagen, Jugend versetzt. Was man hier alles so sieht aus dem Fernsehen damals, diese ganzen alten Rennbuden hier, das ist wirklich geil hier. Ich muss wirklich sagen, Jens, das ist für uns somit das Nonplusultra, was wir bis jetzt gesehen haben. Und glaube uns, da haben wir schon einiges gesehen. Aber hier werden wir gerade eben, wie es Markus schon sagt, die Jugendzeit, werden wir hier echt komplett abgeholt. Hier haben wir den Schwerpunkt Motorsport und hier stehen natürlich lauter Motorsport-Ikonen auch. Und jedes Auto hat eine Geschichte, viele Erfolge, tolle Autos. Man sieht es ja vor allen Dingen so. Manche Fahrzeuge sehen ja aus wie frisch von der Rennstrecke, noch das Öl überall, die Abriebspuren und dann hier reingestellt. Aber genau so muss es sein. Also Marco nimmt euch jetzt an die Hand und ja, ich glaube, wir hatten ja gedacht, wir machen ja einen oder zwei Teiler draus aus der Videoserie. Aber ich denke mal, schon alleine die zwei oder drei Hallen, wir haben ja jetzt nach wie vor nur eine ganz gesehen und die zweite jetzt nur am anderen. Das wird. Das wird geil. Das wird geil. Es gab ja noch die Warsteiner, die ganzen, wo man als kleiner Kind mit dem Papa vor dem Fernsehen gesessen hat und da gesagt hat, guck mal Papa, die schnellen Autos. Und jetzt steht man hier, also das ist schon mal so ein... Man muss aber auch dazu sagen, die haben früher einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, um diese Autos konkurrenzfähig zu machen. Da wurde sogar die Welle vom Scheibenwischermotor verlängert, die waren Meter lang, um den Motor möglichst weit nach unten zu haben, um den Schwerpunkt... Also so ist man ins Detail gegangen, okay. Und da war natürlich von der Aerodynamik vom Motor, der Motor hat eine pneumatische Ventilsteuerung gehabt, damit er noch höher drehen kann. Also das war eigentlich... Da hat alles gepasst bei dem Auto. Da rein, da hat alles gepasst bei dem Auto. Und jetzt wegen dem Auto. Da hört sich darauf einmal. Da sollten die forecasting. Zeichnung von einem Auto in verschiedenen Ansichten und es wurde auf eine lackierte Aluminiumplatte eingeritzt mit einer Reißnadel. Das heißt, man sollte eigentlich keinen Fehler machen, weil das kann man nicht wieder degradieren. Und hier sieht man ganz schön, das ist ein Kadett B, ein sogenanntes Kiemen-Coupé. Und hier sieht man hinten das Heck, die komplette Seite in 1 zu 1. Hier sieht man diese Kiemen, die dem Auto den Namen gegeben haben. Und das war das Modell, wo Opel den allerersten Rally-Kadett gebaut hat, von dem Kadett B Kiemen-Coupé. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn das hier vorne der letzte Strich gewesen wäre und der Typ oder die Dame hätte sich da verzeichnet, wäre das ganze Ding im Arsch. Könnte man so sagen, okay. Also ich habe jetzt vor uns gefragt, wenn er dann mal von Herrn Opel gesagt bekommt, danke für deine Dienste, schöne Arbeitszeit. Du kannst dir genau jetzt einen Autoschlüssel raussuchen. Welches Auto würde das sein? Hat er dieses Fahrzeug hier angepriesen, genannt die Schwarze Witwe. Warum? Man hat dem Auto diesen Namen gegeben, um sich gegen die übermächtigen Gegner zu wehren. Das war Porsche, BMW, Alfa Romeo. Also man hat dem Auto Superkräfte gegeben. Ja, also ich war zu Witwe mit dem Namen. Gefahren von Niki Lauda unter anderem? Der erste Fahrer war der Erich Bitter und später der Niki Lauda. Und das Auto hat Folgendes möglich gemacht. Opel war zu der Zeit nicht im Motorsport tätig. Und das war so ein bisschen so ein illegales Projekt. Also man hat das Auto gebaut. Das Auto war konkurrenzfähig, war schnell. Und man hat gesehen, man kann da mitfahren. Ja, man ist da in der Lage. Welcher Jahrgang sprechen wir da? 68 war das. 68. Und das muss man ja immer noch nach wie vor, wir hatten es ja vorher schon ein paar Mal besprochen, dass ja theoretisch Opel in den ganzen Jahrzehnten 60er, 70er, 80er und 90er, der eigentlich auf Augenhöhe sich teilweise befunden hat. Im Rennsport, im Abverkauf und so weiter. Das ist schon... Man war 1974 Europameister mit dem Ascona A. 1979 Europameister, dann die Weltmeisterschaft mit dem B-Ascone. Und das Auto tut aber die Zeit des... Also es ist ein Tourenwagen. Es ist ein reines Wertauto. Am besten wieder spiegeln in deinen Augen, ja. Man hat dann vieles möglich gemacht, auch was die Farben... Man hat das erste Mal die Farbe gelb wieder aufgegriffen. Später war jedes Rallyeauto bei Opel, jeder Rundstreckenwagen hatte irgendwo gelb mit. Also das Auto hat ganz, ganz, ganz viel losgetreten, kann man sagen. Da musst du noch mal bütteln, oder? Diplom Ingenieur Bern? Das mache ich gleich. Hier muss noch mal gebüttelt werden. Und jetzt hat Peter kurz in den Raum geworfen. Wollen wir ihn mal anlassen und Jens sagte direkt... Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Marco, gut, dass du da standst. Weil wie gesagt, in dem Auto sehe ich dich. Man hatte vorgehabt, dieses Auto mit einem Wankelmotor zu bauen. Es gab mal so eine Zeit, da hat jeder Hersteller gedacht, Wankelmotor wäre die Zukunft. Und es gab auch die Möglichkeit, mehr Scheiben Wankelmotoren zu bauen mit noch mehr Leistung. Zwei Scheiben, drei Scheiben. Und dann kam das mitten in die Zeit der Ölkrise. Diese ganze Idee, das Auto stand da. Und dann hat man das Auto von... Also es hat ursprünglich GTV gehießen. Und dann hat man das umbenannt in Opel Genève. Hat das von Gold in Orange umlackiert. Und dann ist dieses Auto, was ja dann schon nicht mehr so ganz aktuell war, nach Genf zum Autosalon gekommen. Und wurde dort zur schönsten Studie von allen gewählt. Von den Journalisten. Welches Jahr hatte das? 1975. Und da war das quasi so ein zweites Second Life. Das zweite Leben von dem Auto. Dieser Teil, das sind alles Konzeptautos, Studien. Teilweise auch Fahrbereiterautos. Die Zustände sind von Fiberglas-Modell bis hin zu einem vollwertigen, fahrbereiten Auto. das 05. Stellt Euch mal vor, heutzutage Du fährst so durch die Gegend. Das ist einfach ein Donnen. Markus, ich möchte dir jetzt berichten. 1993 saß dein geliebter Geschäftsführer in diesem Wagen. Hatte das gleiche Cockpit, nur ohne RDS und hat daraus das Reason Brand Access geschaffen. Ja, aber erzähl doch mal was zu sitzen. Hast du Gänsehaut? Ja, ich hatte gerade schon dem Herrn Jungmanns erzählt. Ich hatte wirklich nur Geld für einen Sparko-Sitz, das wissen ja einige. Und das heißt, ich bin lange Zeit fast genau so gefahren, nur dass eben auf der Fahrerseite ich in einem Vollschansitz saß. Und das war mein Vorbild, Marco. Dieses Fahrzeug und ich hatte auch eine ganze Weile Lotus-Embleme an meinem Kurs, an unserem Kurs AB, wie du neben mir gut ausgesehen hättest. Also ich habe gemogelt wieder. Ich hatte auch mit 60 PS auch das gleiche Gefühl wie... Wir hatten es ja vorher schon immer mal kommuniziert, dass wir unsere V-Klasse als mehr oder weniger Redaktion Sven verkauft haben. Hatte ja einen guten Grund. Peter hatte mit Opel zusammen uns einen Zafira angekündigt und der wartet hinter diesem Tor, was wir euch gleich zeigen. Und wird für die nächsten Monate, was auch immer, für einen gewissen Zeitraum unser treuer Begleiter sein. Da wird eine ganze Menge passieren. Da wird es extra nochmal eine Umbau-Story dazu geben. Hand in Hand mit Opel und mit unseren ganzen wertigen Partnern. Ja, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Weil man ja immer eigentlich von Opel ja immer so denkt... Ja, aber das, was Peter schon an Bildern und Vormaterial geschickt hat, das zeigt schon, dass das mit Wiedersieben sitzen... Das war ja unser Hauptmanko oder zumindest unser Hauptwunsch. Werden wir dort allem wieder gerecht werden, auf dem gleichen Niveau wie wir vorher sicher mit der V-Klasse haben. Obel Zafira Live. Ab sofort werdet ihr uns, alle Mann und alle, die zu unserem Familienunternehmen gehören, mit diesem Wagen unterwegs sein sehen. Hat eine Anhängekupplung und alles, was man braucht. Und wir werden hier mit der Lederklinik und mit verschiedenen anderen Partnern noch eine ganze Menge angehen. Und versuchen, das auf ein ganz gutes Niveau zu heben. Ich zeige euch vom Bär noch schnell den Sitzplatz. Das ist genau der dort. Und ja, das ehrt uns sehr. Es schließt sich der Kreis und wir werden gerade Opel in diesem Fall sicher nicht enttäuschen. Tag ist rum und ich denke, dass wir genug im Kasten haben, dass jetzt theoretisch eigentlich schon der Teil 1 durch ist. Jetzt geht es weiter zur LCE Performance an dem Bodensee. Vorab hat Peter uns noch einen Satz 20 Zoll Felgen aufs Auge gedrückt. Da wird sich Minko Performance freuen. Die werden wir gar nicht erst groß aufziehen, sondern direkt gleich zum Veredeln geben. Da wird uns noch ein bisschen was einfallen. Am Zafira selbst wird auch eine ganze Menge passieren. Ich habe da so ein, zwei Sachen im Kopf. Marco hat nichts im Kopf. Also ich denke mal, wir werden hier ganz schön was draus zaubern. Danke an Peter, danke an Jens. Das war heute wirklich eine ganz große Nummer für uns. Wird lange im Gedächtnis bleiben. Aber LCE wird Ihnen ganz sicherlich nichts nachstellen. So jetzt geht es ab. Weitere 500 Kilometer. Wieder über Nacht dann ankommen und Teil 2 dann der ganze schnelle Scheiß. Wir sind schon mit einem Eingstocks. In der Minute wir sind schon mit einem Eingstocks. Er ist mit einem Eingstocks. Ach不到!